Ein herzliches Willkommen zu der neuen Krypto-Serie des Kanals. Diese Serie wird sich vorerst mit den 15 stärksten Kryptowährungen, bemessen nach der Marktkapitalisierung, beschäftigen. Jeder dieser Kryptowährungen werde ich dabei ein ganz eigenes Video widmen, durch die sie ihr spannende Einblick über die jeweiligen Kryptos bekommt. Darüber hinaus werdet ihr zum einen die Kryptowelt aus einer neuen Perspektive erleben, sowohl als auch die jeweiligen Entstehungsgeschichten und Zukunftsaussichten der Kryptos kennenlernen. In einigen Videos dieser Serie werden unter den Abonnenten Kryptowährungen oder auch auf Wunsch Euros bis zu einem bestimmten Wert verlost. Dabei wird der zu gewinnende Betrag bei der Bekanntgabe des Events in den jeweiligen Videos veröffentlicht. Die Teilnahmebedingungen für die Events sind, diesen YouTube-Kanal abonnieren, jedes Video dieser Serie bis zur jeweiligen Verlosung liken und zu guter Letzt musst du dieses und das Krypto-Video, welches das Gewinnspiel enthält, kommentieren. Solange du die drei Punkte befolgst, nimmst du automatisch am Gewinnspiel teil. Wenn du aber jedes Video dieser Krypto-Serie kommentierst, verdoppelst du damit deine Gewinnchancen. Der Gewinner des jeweiligen Events kann dabei selbst bestimmen, ob er den Gewinn in Kryptos oder Euros erhalten möchte. Nun aber wieder zurück zum neuen Projekt des Kanals. Warum entsteht diese Serie? Durch die immer weiter voranschreitende Inflation und der damit einhergehenden Wertminderung der Fiat-Währung wie dem Euro werden meiner Meinung nach Kryptowährungen immer interessanter und sollten auf jeden Fall von jedem Menschen beobachtet werden. Diese Serie soll dabei helfen, grundlegendes, aber auch neues Wissen über die verschiedensten Kryptowährungen zu vermitteln, sodass möglichst viele Menschen die großartige Chance und das Potenzial, welche Kryptowährungen mit sich ziehen, letztendlich erkennen werden. Wie kam es eigentlich dazu, dass Kryptowährungen für so viele Investoren interessant wurden? Wir schreiben das Jahr 2008. In der Welt ereignet sich eine globale Banken- und Finanzkrise. Diese Krise war unter anderem Folge eines spekulativ aufgeblähten Immobilienmarkts in den USA, welche dafür gesorgt hat, dass auf der gesamten Welt eine Finanzkrise ausbrach. Ab diesem Zeitpunkt an haben sehr viele Investoren ihr Vertrauen in das Treiben der großen Banken verloren. Dadurch sind Kryptowährungen immer mehr in den Fokus von Investoren gerückt, da diese natürlich nach Alternativen gesorgt haben, um ihr Geld anzulegen. Die Kryptowährungen existieren dabei ausschließlich digital, ohne dass diese von irgendeiner Bank reguliert werden können. Der Bitcoin ist wohl mit Abstand die bekannteste Kryptowährung dieser Welt. Das Wort Krypto aus Kryptowährung kommt dabei aus dem griechischen Wort Kryptos, welches Geheim oder Verborgen bedeutet. Diese deuten auf die kryptografische Verschlüsselung aller Besteinteile der jeweiligen Kryptowährung hin. Worin unterscheidet sich die Fiat-Währung von Kryptowährungen? Die Fiat-Währungen, wie zum Beispiel der Euro, werden von Zentralbanken ausgegeben. Diese Banken steuern die Menge und damit auch den Wert des Geldes. Kryptowährungen hingegen werden ausschließlich von privaten Leuten generiert und verwaltet. Das passiert aber in keinem Fall unkontrolliert und ist somit manipulationssicher. Ein weiterer Vorteil oder auch Unterschied zum normalen Geld ist, dass der Zahlungsverkehr dabei direkt zwischen den Teilnehmern des Währungssystems stattfindet. Ganz ohne Banken. Die einzige Gemeinsamkeit von den verschiedenen Währungen ist, dass ihr Wert sich lediglich über den Gebrauchswert bemisst. Dieser bemisst sich aus dem Einverständnis aller Nutzer der Währung. Sprich, dass man zum Beispiel für eine bestimmte Anzahl von Kryptowährungen wie Bitcoins eine bestimmte Anzahl von Waren kaufen kann. In den kommenden Wochen werden also auf diesem Kanal informative sowie spannende Videos zu den 15 stärksten Kryptowährungen hochgeladen. Und einige von ihnen enthalten das angesprochene Gewinnspiel. Also vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um sie nicht zu verpassen, da die Gewinnspiele nur über einen kurzen Zeitraum nach der Veröffentlichung der jeweiligen Videos verfügbar sind. Ich wünsche euch nun aber schöne Feiertage mit der Familie und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.